Ich weiß nicht, wofür die Dinger da sind. Weil anscheinend tot machen können die auch nicht. Ich hätte mal gern gewusst, was da drinne war. Na, wahrscheinlich eh nur ein Herz. Da haben wir noch 64 Sekunden und da ist auch schon das Ende. Okay. Nee, nicht was wir können. Haben wir jetzt schon 160.000, würde ich gerade sagen. 1600. Sehr schön. So, was haben wir jetzt? Da hätte ich jetzt wieder mit einem Secret Exit-Ding gerechnet. Aber gut. Gucken, was wir hier so aus der Scheiße rauskriegen. Wieder so fröhliche Musik. Ich höre die nicht so gut, weil ich habe den Fernseher irgendwie recht leise heute. Ja, das war total falsch. Das ist mir egal, solange ich meinen Spaß dabei habe. Ist mir ja scheißegal, was da andere Leute denken. Ich glaube, das wäre mal ganz gut, wenn ich das immer... Wenn ich es denn kann. Nein. Na gut, das ist schön. Dass ich gestorben bin. Ähm. Nicht, dass ich gestorben bin, sondern dass ich mir jetzt wieder mein Feuer-Ding holen kann. Da, 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 da. Da, 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 da. Da. Da, da... Da, ganzen Treck... Sieh mal einer, guck. Das ist wahrscheinlich jetzt nur für die Münzen da. Quatsch. Gehen wir mal hier noch zurück. Gucken, was es hier so gab. Fliege-Dingsie. Ein Herzchen, das nehmen wir gerne mit. Wenn ich den da hochkommen würde. Und der geht baden. Okay. Ah. Fliege-Dingsie oder... Ja, ich nehme es. Ich werde es wohl irgendwo für brauchen. Okay, hier wird wohl ein Zwischenspeicher sein. Ja. Nehmen wir auch mit. Weil das wäre doch schon eine Strecke, die wir jetzt zurückgelegt haben. Tü-tü-tü-tü. Ne. Glaub ich, das ist aber jetzt hier besser, was ich habe. Das kommt mir hier so leer vor. Voll die Kettenreaktion gerade. Doch. Nix da oben. Hallo. Wow, dann mach ich das doch lieber so. Ei, 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 ei. Nee, das will ich nicht. Dann bleib ich bei meinem Fliegedingsee. Was war das denn? Was war das denn für ein Geräusch? Oh, hier haben wir 100 pro, schätze ich mal. Irgendwie sowas verpasst. Das J zum Beispiel. Es ist jetzt so wenig, was jetzt hier kommt. Sonst in den anderen Leveln, da war da richtig viel Kram und so. Und jetzt ist es irgendwie so wenig. Das irritiert mich. Schon wieder kein Secret Exit. Was ist denn hier los? Nehmt schon eine Stunde zwanzig auf, ey. Ich hab eben grad gedacht, ne. Was ist denn mit dir kaputt? Ähm. Ich hab nach 20 Minuten oder so dachte ich, boah. Erst 20 Minuten, aber jetzt macht das grad richtig Bock. Deswegen nehm ich jetzt auch weiter auf. Weil ein Spiel sollte Bock machen. Man sollte sich nicht zwingen, etwas zu spielen. Was ich bei Oni getan hab. Was ist jetzt hier los? Ah. Ich mach halt nie wohin. Oh, es gibt hier schon wieder so viele Ausgänge. Wo geht's hier hin? Oho. 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 Nee. Der hat nicht geschmissen. Aber das ist schon mal ganz schön, dass wir das jetzt bekommen. Dann sollte ich das jetzt auch nicht verlieren. Oho. 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 Lass hier direkt bitte den Schlüssel drinnen sein. Kein Schlüssel. Aber das ist auch okay. Gerne. Gehen wir erstmal hier oben. Nee. Schlüssel? Nein. Oho. 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 Fuck ey. Schlüssel. Schlüssel. Herzlichen, nimm mal mit. Den Rest könnt ihr euch behalten. Oh. Gab's in dem Spiel nicht irgendeinen Ritter? Wo ich das hier jetzt grad gesehen hab. Das sah irgendwie sehr danach aus. So ein Ritter, den man ganz beschissen nur besiegen kann. Oder das war irgendein anderes NES-Spiel oder so. Toll. Das war da, wo ich jetzt grad nett raus wollte. Aber es ist eine schöne Abkürzung, ja. Das muss man ja gestehen. So, Schlüssel? Somewhere, please. Boah, nee, das geht jetzt hier schon wieder los. Oh, wie viel gibt's denn hier? Okay, warten. Auf der Suche nach dem fucking Schlüssel, Mann. Ja, der Schlüsselmann, genau. Der hat nämlich den ganzen Bund-Schlüssel. Ach, was machst du denn? So. Erste Tür, nichts. Irgendeine führt uns direkt wieder zurück. Ich seh schon, komm. Schlüssel! Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel! What? Sass, Schlüssel! Boah, wir haben noch ganz wenig Zeit. Zurück, 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 zurück. Zurück, zurück, zurück. Welche Tür war das? Die jetzt kommt, glaube ich. Die führt uns so schön zurück. Vielleicht hätten wir auch einfach die nächste nehmen können. Aber das wäre ja zu einfach. Schlüsselchen! Ich bin auf dem falschen Dampfer, ja. Hauptsache noch in den 130 Sekunden schaffen. Mehr muss es nicht sein. Müssen wir doch hier hoch? Ja. Rein da. Ist das eine Axt? So. Bitte lass das Job sein. Geil! Geil! Das ist schön. Das irritiert mich halt so, dass es da so wenig nur gibt. Irgendwie. Das ist ganz komisch. Am Anfang wird man halt damit wirklich zugeschissen. Also jedenfalls kommt mir das so vor. Ich hoffe, ich schaffe das noch in der Zeit. Denn jetzt starten wir halt ab dem Checkpoint. So, bis zur zweiten Tür bin ich gekommen, wenn ich jetzt richtig denke. Und dann gehe ich erstmal das komplette Level noch ab. Nicht, dass mich dann die dritte Tür zurückbringt. Dann muss ich den ganzen Weg hier nochmal laufen. Erste Tür. Zweite Tür. Dritte Tür, okay. Mars-Märchen-Rolle. Ja, sehr schön. Nehmen wir noch mit. Und das verzocken wir jetzt, die 26. Rainer. Hihi. Ja, komm. Machen wir links zuerst. Machen wir jetzt rechts. Da kommt jetzt bestimmt auch so ein Gewicht. Gut. Mehr als verlieren können wir jetzt nicht. Nochmal rechts. Ja, wenigstens die Hälfte haben wir verloren. Bisschen mehr als die Hälfte. Bei ihm gerade waren wir noch bei 13, meine ich mal. Oh. Das ist schon ein Boss. Hier gab es gar keine Secret Exits. Was ist denn da kaputt? So. Haben wir dann zwei Sachen geschafft heute? Schlecht. Ja, das haben wir ja schon. Ähm. Ja. Ich brauche... Was hast du denn? Fehlt irgendwie was. Hm. Okay, ich brauche das, was auch immer hier drin ist. Brauche ich. Ja, ein Herz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weil ich weiß nicht, wie ich sonst da durchkommen soll. Jetzt habe ich das wahrscheinlich übersprungen. Na gut. Was haben wir jetzt hier? Okay. Dann laufen wir das Stück nochmal zurück. Na. Fliegedingsee. Hm. Nee. Ich bleibe jetzt noch bei dem Feuerteil. Wahrscheinlich brauche ich dann gleich das Fliegedingsee. So wie ich das Spiel kenne jetzt. Momentan. Wahrscheinlich Und Guevane. Und... Eher. Und... Anyways. Bis zum nächsten Mal.